hallo und willkommen bei einem neuen mod vorstellungsvideo bei mir auf dem kanal und zwar haben wir heute drei in klammern vier modifikation zur auswahl und zwar einmal die cleanfield modifikation die dafür sorgt dass alle intros übersprungen werden und ihr mehr oder weniger instant im hauptmenü landet und spiel beginnen könnt dann haben wir noch einmal die field of view modifikation mit der das field of view im spiel in first und third person anpassen könnt und noch eine andere kleine modifikation die aber ganz cool ist die einfach ich zeige mal hier das zweite das ist ein gibt euch das inventar oder das menü einfach schneller öffnen lässt rechts sehen wir wie es davor ist da dauert das immer einen moment da kommt da so eine komische animation dann kommt's menü und links sind wir instant im menü zu der modifikation ist wichtig zu sagen falls ihr die star ui modifikation installiert habt dürft ihr nicht die undelade menüs drüber installieren wenn wir die gleich installiert haben muss man noch mal dateien aus der star ui mod drüber packen zeige ich euch gleich wir fangen mit der cleanfield modifikation an ist ganz einfach ich habe schon runtergeladen im hintergrund sehen wir jetzt alles was verbrauchen links oben habe ich mir jetzt schon mal eingerichtet ein fenster für das installationsverzeichnis von starfield da auch wo ihr die starfield exe drin findet und links unten müsst ihr einfach nur über über euren pc den dokumente ordner aufrufen dort befindet sich ein my games ordner und da drin wiederum starfield hier ist es wichtig da wenn auch die ganzen self halt und so weiter abgelegt hier ist es wichtig dass es eine starfield custom punkt in die gibt falls die noch nicht bei euch vorhanden ist legt euch die selber an über rechtsklick textdokument da fehlt kasten punkt in die und das punkt txt muss weg gemacht werden erst dann wird eine in die datei erstellt in dem fall gibt schon eine er hat jetzt in zwei draus gemacht weil die eine schon existiert aber es muss punkt in die seien konfigurationseinstellungs datei soll das werden sonst funktioniert es nicht es kann sein dass bei einigen pcs da irgendwas ausgeschaltet ist dass man das erst einstellen muss dass man die endung auch sieht da müsste selber mal gucken ob das bei euch der fall ist oder nicht auf jeden fall muss das dann so aussehen gut dann rufen wir mal fangen wir mal mit der clean field mit dem ganzen intro skipper an rufen wir uns mal das archiv auf das klicken wir kurz weg so und dann können wir auch als erstes unter dokumente my games die starfield custom in die wir entweder ihr habt schon eine da oder ihr habt sie gerade erstellt die können wir aufrufen die ist natürlich erst mal leer ich habe meine jetzt damit ihr auch seht dass es funktioniert ich habe es noch mal geleert ich habe das alles schon drin hat funktioniert ich habe es jetzt für euch noch mal nackig gemacht sozusagen so dann öffnen wir erst mal aus dem raar dokument oder archiv die custom inni die drin ist und kopieren uns einfach die ganzen sachen in unsere leere datei rüber das erste hier oben dieses archive das muss drin stehen damit überhaupt modifikation geladen werden das ist nicht speziell für die mod wird nicht speziell für die mod benötigt aber das überhaupt modifikation in der art geladen werden das muss standardmäßig drin sein das auch für viele andere modifikation notwendig werden das können wir noch sehen und dass sie unten drunter das ist dann einfach die der text der dafür sorgt dass die intros geskippt werden so dann können wir das aus dem raar dokument schließen hier drüben das speichern wir einmal ab dann hat sie es auch gemerkt so jetzt haben wir das alles hier drin dann haben wir aber noch den options ordner und da haben wir verschiedene auswahlmöglichkeiten wir nehmen einfach mal remove everything so egal sucht euch eure fps raus vollkommen latter so da müssen wir erstmal hin navigieren dann der interface ordner dazu nehmen wir aus unserem installations verzeichnis von starfield den data ordner dort wiederum den interface ordner oben rechts gehen wir auch mal rein und hier ist nur eine datei datei drin die ist jetzt bei mir schon drin die main menu punkt swf keine ahnung was swf für eine datei endung ist aber scheint hier ganz wichtig zu sein bei dem modifizieren so wir packen sie rüber ich habe sie natürlich schon drin deswegen wird sie jetzt ersetzt und das war's schon da werden jetzt schon die intros geskippt wir machen aber erst mal weiter mit den anderen sachen und zwar gehen wir direkt rüber zum field of view ich empfehle immer wenn ihr eine modifikation installiert habt immer eine nach dem anderen und ich zeige hier auch nur wie man es manuell macht man könnte auch das nexus mod eigene programm vortex benutzen und die automatisch hinzufügen zu lassen aber da habe ich immer mal gelesen dass da unter umständen modifikationen in falsche ordner gepackt werden und das noch nicht so hundertprozentig hinhaut ich bin ja immer ein freund davon das selber manuell zu machen dann weiß ich was ich gemacht habe und falls was schief geht weiß man auch wie man es wieder ändern kann so jetzt haben wir das field of view archiv offen auch hier ist wieder eine starfield in die drin und auch hier sehen wir wieder eine sache die wir uns rüber kopieren müssen in unsere custom in die im dokumente my games ordner ist und das packen wir einfach um die übersicht zu wahren lassen wir hier einfach ein freizeichen ihr könnt es auch aneinander klatschen vollkommen egal und da könnt ihr das field of view einstellen ich mache es jetzt mal damit es im spiel deutlich wird ich erhöhe es einfach mal ein bisschen könnt das hoch runtersetzen wie lustig seid ich glaube standard mäßig steht auch hier drin starfield field of view da sehen wir es auch das wäre standard das hier wären 120 und standard sind irgendwie first person 85 und third person 70 also falls man die standard werte nicht mehr habt entweder ihr löscht die paar zeilen in eurer in die datei wieder raus oder passt das dann mit den entsprechenden werten an die standardmäßig dafür gedacht sind so dann haben wir das schon mal drin speichern wir ab können wir wieder schließen mehr muss nicht gemacht werden für die field of view mod und die undelate menü mod die zeige ich euch jetzt noch die ist auch mega cool da spart immer mal eine sekunde im spiel einfach um das menü zu öffnen oder halt das inventar und so weiter und so fort das ist dann mehr oder weniger instant da und hat manchmal nicht diesen komischen versatz was so eine sekunde vielleicht mal anderthalb zwei sekunden das ist manchmal ganz merkwürdig aber damit überspringt man das und auch hier haben wir wieder einen data ordner wir gehen erstmal zurück wieder im standard installations verzeichnis von starfield data ordner kennen wir jetzt schon auch hier wieder müssen wir in den interface ordner navigieren halt so und hier sind jetzt die ganzen dateien die wir rüber packen müssen so im ziel ersetzen und jetzt kommt ein kleiner kniff wenn ihr die star ui mod schon installiert habt die ich auch empfehle weil die einfach viel mehr übersicht schafft dann funktioniert die jetzt an der stelle nicht mehr oder nicht mehr korrekt es werden dinge nicht angezeigt oder 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 deswegen erst die undelate menü mod installieren oder beziehungsweise die dateien in den ordner packen da können wir das mal zu machen und dann ruft ihr euch nochmal die star ui auf nehmt da nochmal interface und sieht einfach am besten nochmal die ganzen dateien aus dem interface ordner den ordner selber translations müsst ihr nicht benutzen aber haut einfach nochmal die dateien drüber die jetzt nochmal überschrieben werden von der undelate menü mod dann funktioniert beides also erst undelate menü dann star ui schon funktioniert beides hervorragend so dann haben wir schon alles erledigt wir haben alle dateien in das installations verzeichnis gepackt haben die starfield custom in die angepasst mit den drei sachen die wir dafür unbedingt benötigen schließen wir alles können wir mal in steam das spiel aufrufen und jetzt werdet ihr sehen kommen keinerlei intros wir sind mehr oder weniger direkt im hauptmenü drin und gleich müsste es soweit sein so da ist es schon start drücken schon sind wir im hauptmenü das ging rucki zucki und ich lade jetzt einfach mal meinen speicherstand jetzt werden wir sehen dass das sichtfeld relativ naja es ist so ein bisschen verzerrt weil ich dir den field of view sehr hoch gestellt habe um es jetzt einfach zu zeigen dass es funktioniert weil ich jetzt kein vorher nachher bild oder was machen will ihr kriegt schon mit dass das so nicht standard ist gleich wie es jetzt aussieht und dann zeige ich euch noch das menü so da ist es ja ihr seht es ist ziemlich verzerrt gerade wenn ich mich drehe an den rändern verzerrt ganz schön das ist natürlich viel zu hoch so würde ich persönlich niemals spielen ich benutze auch das standard field of view ich ändere da nichts weil es mir einfach gut gefällt aber wer das anpassen möchte kommt doch auf die monitor drauf an die manche leute benutzen und so weiter kann man da schon mal hin und her stellen so das funktioniert und jetzt rufen wir mal noch das menü auf das ist sofort da ihr habt es gesehen da kommt nicht als diese blaue einblendung auch wenn ich schließe funktioniert und die star ui funktioniert auch wenn wir die undilete menü mod über die star ui gepackt hätten dann würden wir hier nicht sehen oder manchmal wird etwas nicht angezeigt oder 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 gibt es dann viele viele fehler deswegen die star ui mod die dateien für den interface ordner einfach nochmal drüber kopieren und schon funktioniert ja das war es im prinzip das waren die drei in klammern vier modifikation und so funktioniert ich hoffe das hat euch gefallen hat euch geholfen und dann bedanke ich mich bei fragen einfach in die kommentare ich versuche da schnell zu antworten oder tipps und hilfe noch mal zu geben wenn irgendwas nicht funktionieren sollte auch andere leute sind da sehr hilfreich das hat auch schön funktioniert in dem ersten mod vorstellungs video was ich gemacht habe und falls hier irgendwelche fragen sind einfach in die kommentare ich versuche so schnell wie möglich zu beantworten andere helfen gern und dann war es das von mir vielen dank fürs zu sehen schönes wochenende haut rein bis zum nächsten mal ciao